Hallo, ich wieder mit guten Nachrichten. Auch die zweite Hauptrolle ist besetzt. Neben mir sitzt jetzt Rainer Kanz. Rainer, du wolltest schon ein paar Spacetools mit dabei. Was hat dich dazu bewegt, jetzt diese Tortur noch einmal auf dich zu nehmen? Ja, also ich muss mir sagen, wenn Andreas auch irgendeinen Film macht, dann muss man einfach mit dabei sein. Das ist mein ganzes Leben lang schon so gewesen, also auch bei diesem Projekt mit dabei. Und zweitens muss ich wirklich sagen, ich bin schon sehr, sehr gespannt drauf, wie alle diese wirklich vielen verrückten Szenen, heißt ja nicht umsonst das verrückte Ende der Welt, letztendlich dann wirklich umgesetzt werden. Muss man einfach dabei sein. Bin ich auch gespannt drauf und in Zukunft Vorsicht, er spielt den Pizzaboden. Wenn es in Zukunft läutet, könnte er vor der Tür stehen mit den größten Hostien der Welt. Bis zum nächsten Mal.